moin leute moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie in die woche drei herausforderungen lösen könnt bei der ihr einen chopper in einem turm bei steamy stacks landen müsst ich persönlich finde es am besten hier bei seach zu landen weil das auch nicht so weit weg von steamy und ich glaube ich glaube dass sogar der nas der helikopter bei autority gibt es noch ein aber ich finde das ist viel zu voll leute also ihr habt ihr die beste chance finde ich den helikopter direkt zu schnappen könnt ihr einfach dann den helikopter bei seach schnappen einsteigen dann ab zu steamy so leute bei steamy angekommen müsst ihr einfach über so einen turm fliegen ist es auch egal über welchen ihr fliegt wenn ihr dann darüber seid müsst ihr einfach runter und auf so einer lila fläche landen möchte auf irgendeiner lila fläche landen dann steigt ihr aus und ihr habt die herausforderung gelöst ich hoffe ich konnte euch helfen mit dem video leute falls ja würde ich mich auf jeden fall über euren support freuen ich freue mich über jedes aber über jeden like und ja wir sehen uns beim nächsten video leute ciao